Na, dann erzählen wir mal, wohin wir als nächstes gereist sind. Klar. Washington war uns dann doch zu weit im Norden. Und wir wollten unbedingt nach Florida, bevor wir später dann nach New Orleans fahren. Zur nächsten Couch? Nein, dieses Mal kein Couchsurfing. Wir wollten im schönsten und spannendsten Nationalpark Amerikas campen. Und wo liegt der wohl, Ron? Im Süden Floridas. Stellt euch vor, wir haben gekämmt. Camping in den Everglades. Das ist das Erlebnis. Auch wenn wir uns auf dem Campingplatz ziemlich klein gefühlt haben. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum wohl? Wisst ihr, wie groß Campingfahrzeuge in Florida sind, Leute? Riesig. Die haben in ihrem Campingbus gleich noch ein weiteres Auto eingepackt. Und links und rechts am Fahrzeug gibt es Zimmer, die man dann auf dem Campingplatz herausziehen kann. Die Fahrzeuge werden dann zu ganzen Häusern. Und wir hatten nur unser kleines Zwei-Mann-Zelt. Da fühlt man sich klein. Und jetzt wollt ihr sicher wissen, warum wir nicht schwimmen gegangen sind. Erzähl, Monika. Es gibt einen wunderschönen kleinen See in der Mitte des Campingplatzes. Ron hatte schon seine Badehose an und wollte ins Wasser springen. Da habe ich das Schild gesehen. Und was auf dem Schild geschrieben stand, könnt ihr auf dem Foto sehen. Don't feed the alligator. Den Alligator nicht füttern. Ron ist natürlich nicht mehr schwimmen gegangen. Am Abend sind wir dann zu einem Vortrag von einem Parkranger gegangen. Und er hat erzählt, dass der Alligator nachts manchmal auf den Gehwegen liegt. Man soll also immer eine Taschenlampe dabei haben. It might hurt you, hat er erklärt. Er könnte sie verletzen. Und warum hast du dann schlecht geschlafen, Ron? Dreimal dürft ihr raten, Leute. Ein Alligator auf dem Campingplatz. Könntet ihr da schlafen? Monika übrigens schon. Er hat das nichts ausgemacht. Jetzt wollt ihr sicher noch wissen, wer George ist. George ist der Alligator im See. Die Campinggäste haben ihn so genannt. Sie haben ihn gefüttert und er hat die Angst vor Menschen verloren. Die Ranger haben ihn deshalb schon dreimal sehr weit weggebracht, aber er ist immer wieder zurückgekommen. Angeblich ist er jetzt beleidigt und bleibt in seinem See. So, das war's für heute aus Amerika. Wir melden uns wieder. Howdy und tschüss. Tschüss. Mein Heimatland ist nicht sehr groß. Es hat fast die Form eines Quadrats. Im Norden grenzt das Land ans Meer. Im Nordwesten gibt es eine Stallküste und im Nordosten schöne Buchten und Sandstrände. Zu den Buchten und Stränden führen viele kleine Straßen und es gibt einige Fischerdörfer. Im Westen liegen entlang der Landesgrenze hohe Berge. Nur sehr wenige Menschen leben dort und im Winter gibt es viel Schnee. Weiter im Osten ist das Land hügelig. Dort gibt es große Wälder. Ganz im Osten ist das Land sehr flach. Dort liegen viele kleine Bauerndörfer und auf den Feldern wachsen Mais und anderes Getreide. Von den Bergen fließen kleine Bäche in den großen Fluss, der von Süden nach Norden durch das Land fließt. An diesem Fluss liegen auch die beiden größten Städte des Landes. In der Mitte liegt unsere Hauptstadt. Ganz im Süden, an der Grenze zu unserem Nachbarland, liegt eine große Industriestadt. Die Städte sind Verkehrs- und Industriezentren und hier arbeiten die meisten Menschen. Die Früchte wachsen überall in meiner Heimat. Sie schmecken ausgezeichnet. B Von hier haben wir eine schöne Aussicht auf die Bucht. Siehst du die Taucher am Strand? Wir hatten die Chance, unsere Töchter in China zu besuchen. Wir möchten euch diese Fotos auch noch zeigen. Ist er wirklich schon so alt? Herr Dr. Breitenbach, immer mehr Menschen kaufen gern Gegenstände, die alt aussehen. Retro ist das neue Modewort. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das Wort Retro bedeutet? Gern. Wenn man über den Retro-Trend spricht, denkt man meistens an die Form oder das Aussehen von Dingen. Dieses Aussehen erinnert uns an Dinge und Gegenstände, die es schon einmal gegeben hat. Das sind also Autos, die aussehen wie vor 50 Jahren. Kleider und Hüte, die uns an vergangene Zeiten erinnern. Ein Radio, mit dem unsere Urgroßeltern ihre Lieblingssendungen gehört haben. All das sind Retro-Gegenstände. Ist das ein neuer Trend oder hat es Retro-Trends schon immer gegeben? Es hat immer schon Zeiten gegeben, in denen man die Vergangenheit kopiert hat. Vor 250 Jahren hat man sich in Europa an die Kultur des alten Griechenlands erinnert. Das sieht man an den Bauwerken, in der Philosophie und Kunst von damals. Retro-Trends beziehen sich nämlich nicht nur auf Alltagsgegenstände. Man findet Retro auch in der Architektur, in der Musik und in der Literatur. Warum mögen so viele Menschen Gegenstände, die alt aussehen? Das hat wahrscheinlich viele Ursachen, aber ich finde eine Erklärung besonders interessant. Ja? Welche? Manche Experten meinen, dass wir heute in einer Zeit leben, in der alles immer schneller gehen muss. Wir müssen immer schneller mit neuen Entwicklungen zurechtkommen. Das neue Handy, das neue Computerprogramm, eine neue Maschine in der Firma. Alles ändert sich ständig, privat und beruflich. Das macht uns unsicher. Oft haben wir das Gefühl, wir kommen da nicht mehr mit. Retro-Gegenstände geben uns das Gefühl, dass sich nichts verändert, dass alles gleich bleibt. Sie geben uns Sicherheit. Und deshalb kaufen die Menschen Retro-Produkte? Deshalb geben Sie so viel Geld dafür aus? Vielleicht. Auf jeden Fall kann man mit Produkten, die alt aussehen, momentan sehr gut Geld verdienen. Da kommen Firmen teilweise auf die verrücktesten Ideen. Ja? Welche Ideen meinen Sie? Manche Firmen stellen neue Gegenstände her und behandeln sie dann so, dass sie wie alt aussehen. Man könnte auch sagen, sie beschädigen die neuen Gegenstände. Sie machen sie absichtlich kaputt. Ja, so könnte man es sagen. Ein Holztisch darf nicht neu aussehen. Er muss aussehen wie ein Tisch, an dem jahrelang jeden Tag gegessen wurde. Eine Gitarre muss so aussehen wie ein Instrument, auf dem jeden Tag Rockkonzerte gespielt werden. Warum kauft sich jemand lieber einen Tisch, der alt aussieht, als einen neuen Tisch? Jeder neue Tisch sieht gleich aus. Das ist langweilig. Ein Tisch, der alt aussieht, erzählt eine Geschichte. Das finden die Menschen interessant. Gegenstände, die Geschichten erzählen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen Sie den Retro-Trend? Erzählen Ihre Möbel auch Geschichten? Rufen Sie uns an. Sie können mit Dr. Breitenbach persönlich sprechen und Ihre Fragen stellen. Unsere Telefonnummer ist 089 724 5639. Hallo? Hallo Robert, ich bin's, Lisa. Ah, Lisa, komm nur rauf. Nimm das hintere Treppenhaus. Meine Wohnung ist im zweiten Stock rechts. Hallo Robert. Schön, dass du da bist. Ups, was war das denn? Ach, nur die Türklinke. Die ist locker. Der Vermieter hat versprochen, dass er sie reparieren lässt. So, das ist also deine neue Wohnung. Ja, ich bin froh, dass ich in dieser Gegend etwas gefunden habe. Hier sind die Mieten noch nicht so hoch. Schau, hier ist die Garderobe. Danke. 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 Komm, weiter. Hier links ist die Küche. Kühlschrank, Mikrowelle, Herd, Backofen, Spüle, alles da. Kochst du oft, Robert? Ja, seit ich die neue Küche habe, schon. Eine Geschirrspülmaschine habe ich übrigens auch. Da, schau. So, und da rechts ist das Badezimmer. Waschbecken, Dusche, Waschmaschine. Praktisch. Und hier ist das Wohnzimmer. Oh, das sieht ja aus wie in den 50er Jahren. Ja. Gefällt es dir? Es ist toll. Sind die Möbel wirklich aus den 50ern? Nicht alle, nein. Das wäre viel zu teuer. Aber einige sind Originale. Die habe ich von Verwandten bekommen. Die anderen habe ich als Retromöbel im Möbelhaus gekauft. Warte, lass mich raten. Ich sage dir, welche Möbel die Originale sind. Also, der Ofen war wahrscheinlich schon in der Wohnung. Das Sofa und die beiden Sessel hast du gekauft. Den Tisch auch. Aber ich glaube, der Schrank. Ja, der Schrank, die Lampe und der Hocker sind Originale. Gar nicht schlecht. Fast richtig. Nur der Schrank war falsch. Den Schrank habe ich im Möbelgeschäft gekauft. Aber die Lampe, die ich daneben das Sofa gestellt habe, und der Hocker sind Originale. Die Lampe ist schon einmal mit mir umgezogen. In meiner alten Wohnung hat sie im Schlafzimmer gestanden. Ich habe sie von meinen Großeltern bekommen. Und der Hocker, den du daneben die Terrassentür gestellt hast? Den habe ich von meinem Onkel bekommen. Er hat in seinem Keller gelegen, unter viel anderem alten Zeug. Okay, und wo ist dein Fernseher? Da liegt eine Fernbedienung auf dem Tisch. Aber ich sehe keinen Fernseher. Die Fernbedienung solltest du eigentlich auch nicht sehen. Ich finde, ein Fernseher mit LCD-Bildschirm passt nicht in ein Zimmer aus den 50ern. Der Fernsehapparat ist hier im Schrank versteckt. Originell? Das ist ja wie in einer Zeitreise. Ja, nur gut, dass wir nicht aus den 50ern sind, oder? Was mein in dem SchrankBry ist hier местоinlich. Die Fernsehapparat sind wieder in einem Hausmöglichen. Vielen Dank.